Spieltag 31er. Wie Schweinsteiger. Oh ja, der ist mit uns auch ein paar Mal Meister geworden. Ja, Glückwunsch Bayern. Überraschend, der Meistertitel. Überraschend, dass es so lange nicht fix war, oder? Genau, einfach viel zu stark für diese Liga. So unfair, Bundesliga! Nix da, Dortmund. Sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Ist das nicht der Werbeslogan von Fisherman's Friends? Pssst, nicht verraten. So, wir verlassen euch dann, ja? Mach's gut, Fürth. Gute Reise und, äh, danke. Ich sag danke, Bundesliga. War echt wieder eine geile Erfahrung hier. Und besser als Schalke letzte Saison wart ihr am Ende auch noch. Ja, genau. Besser hätt's echt nicht laufen können. Gut, äh, jetzt ist die Luft schön langsam aus der Saison draußen, gell? Nix da, Bundesliga. Es geht gerade erst los. Dass ihr ausgerechnet jetzt mit Felix Magath Erfolg habt, das ist schon zu wild härter. Tja, unverhofft kommt oft. Die Eintracht kann immer noch nicht gewinnen, sehe ich gerade. Erst wieder in der Europa League, Bro. Ja, bitte. Würd ich feiern. Hauptsache nicht Leipzig. Hey, was soll denn das? Sorry, Union hat sie am Wochenende vorgemacht. Und wir sagen ganz leise Champions League. Mal gucken, Union. Warum denn nicht? Und was war dein Highlight an Spieltag 31er? Wie Schweinsteiger. Ja, ich glaube das. Untertitelung des ZDF, 2020